Hallöchen Freunde und ein herzliches Willkommen zu Starbound. Am Start ist Zoe und der Black Moon, die Reiter des Universums. Oh, Licht an! Da kommt er! Guten Tag! Ey, der legt sich einfach in unser Bett! Der liegt in deinem Bett? Du gehst mir fremd! Das will ich niemals tun. Oh! Ups! Ich war eingeguckt! Wie machst du das? Die Pfeiltasten! Links, rechts, hoch, runter! Oh! Ich bin traurig! Ich jag den da raus aus dem Bett! Unser Bett! Raus hier! Brauchen wir den überhaupt? Nein! Brauchen wir den? Hey, Fremder! Ah! Nein! Könntest du? Wassen! Bleib hier! Alle weiter rennen zuher hier! Hm? Okay, aber der kann nichts machen, ne? Hm? 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 Ausgesperrt! Die kriegst du nicht mehr weg hier! Hm? Nee! Ah! Verdammt! Nimm es mit dem Leben! Oh! Die Betten fehlen! Ja! Die Betten müssen wieder hoch! Habe ich auch aus Versehen eins eingesammelt oder hast du beide? Ja! Das weiß ich! Ich muss ganz kurz gucken! Inventar, ne? Möbel! Oh! Ich habe beide Betten da drin! Das ist schon mal gut! Okay! Dann packe ich den mal da hin! Lid, 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 lid! Lid, lid, lid! Eins! Zwei! Tada! Tja! Was machen wir heute? Mein... Mein Leben erstmal wieder aufrufen! Das ist ganz wichtig! Hm! Zufall jetzt sehen wir zu! Oh, es wird hell! Cool! Ja! Bibi bieb! 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 Guten Morgen! Kaffee! So. Das ist das tägliche Leben eines YouTubers. Man steht auf, geht zur Couch, setzt man sich hin. Ja. Wir wollten die Fenster verkleinern, ne? Meintest du? Ja. Die Fenster verkleinern, ein bisschen. Den Typen rausschmeißen? Irgendwann mal das Haus ein bisschen umbauen. Ja, das geht mal hin. Kannst du irgendwie nicht machen? Im Winter. Was haben wir denn? Ich hab Erde in meinem Sack. Setzlinge. Ich muss mal die Hafer noch in die Kiste packen. Ich hab' ich die ganze Zeit mit mir hier rum. Holz. Verziertes Holz. Oboe. Blau Holz. Oh, hier sind sogar Schwerder drinne. Oh, okay. Ach so. 3,6. Ach nee, ich hab'n Scherb. 1,5. Okay, alles gut. So, die Größe. Und dann hier vielleicht so'n Rahmen. So. Das ist eine Biene, die da oben rüberschirrt, wa? Oh, da steht was. Ehrlich? Ja. Nein, das muss... Das ist nur ein Dreiviertel-Dings. Das muss so sein. Das muss so sein. Okay. So, hier das Fenster verkleinern. Hm? Das hier würde ich zu machen. hinterm Sofa. Komplett so. Ja. Okay. Kuss. Ergibt. Ach, mich aber nicht, wie ich das mit der Farbe und das gemacht hab, ne? Hm. Das werden wir rausfinden. Ich hab' genau auch überlegt. Ich werde das ganze Material, was ich so hab', werde ich unten in die Kisten reinpacken, ne? Ah. Nein. Oh, frühener Boden. Oh, Rispentomaten. Ich wollte eigentlich das Bett einfärben, aber das geht nicht. Hm. Ah, okay, man kann nur die Wände einfärben. Türen auch nicht. Okay. Also, ich werde mal das Holz mal rüberpacken, ne? Achten, der ist böse. Da hast du da oben... Hey. Da kommt was Böses. Ich bin nach oben. Ah. Jetzt hier das Holz. Ding, der rüstet. Baumstamm. Und weg ist es. Cool. Ja, hier keine Bäume pflanzen, nur unten runter. Ne, ne. Gott, ist wild. Dachziegel. Wir haben Dachziegel. Krass. Zierfliesen. Okay. Weidenstützblock. Hüttendachziegel. Oh, wir haben noch richtige Dachziegeln hier, Mensch. Cool. Okay. Willst du die bauen? Hm, ja. Okay. Ich habe hier in irgendeiner Kiste, habe ich... Holz und sowas hingepackt. Man kann sogar auf die Kisten drauf springen, doch. Oh. Guck. Krass. Oh, ist gut. Da kommst du besser an die Dings dran. Ich ruhe mal noch ein bisschen Holz, mal. Tschüss. Tschüss. Geh mal runter und gucken, ob was Neues da ist. Hm, mach das. Ich rode mal in der Zeit hier oben ab. Roden ist mein zweiter Name. Denken wir aber, dass der was weiß ist. Hm. Müssen wir mal gucken, hm? Was ist was? Also bis jetzt sehe ich keine Kisten oder irgendwas hier. Hm. Oh, doch. Tohle, nice. Oh, das ist ja, 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 nice. Oh, das ist ja. Ist alles leer hier unten? Okay. Ja, wahrscheinlich, weil wir das schon mal leer gemacht haben. Joa, das kann sein. Okay. Oh, hier ist was. So, halt. Oh, hier ist was. Aua. Oh, schau mal. Lass mich in Ruhe. Da haben wir jetzt. Wow. Das tat ein bisschen weh. Gut. Irgendwann ist mal der Fackel dran. Mr. Fackelman. Klick. Oh, Wahnsinn. Nice. Ich habe Kohle gefunden. Jede Menge. Oh, und Eisen. Der ist fast nicht mehr rausgekommen. Okay. Also, Kohle brauchen wir auf jeden Fall. Genau, wohin geht das so hin? Ah, ziemlich weit abwärts. Ich bin sicher. Ah, scheiße. Alter. Manchmal geht es doch ziemlich... Hier runter. Jetzt kommt der Typ hier an, ja. Lass mich noch hoch. Hier unten haben wir anscheinend schon alles leer gemacht. Was? Wir waren hier schon. Hier unten, wo ich zumindest bin. Aber da ist in keiner Kiste mehr was drin. Achso, bei dem Dings meinst du da, ne? Ah, ich habe wieder was gefunden. Nice. Also, ein bisschen normale Sachen halt hier, so. Eisen, etc. da war. Up and down, Was war denn hier? Ich hab hier was. Oh, Silber. Oh, Knochen. Oh, Knochen. Na, wie läuft's bei dir? Mit Kollaxienbuch brauchen wir nicht. Die hat nur 2,8. Okay. Ja, ich hab zwei Verbandskästen und 30. Äh, halt jetzt. So, ich muss den Weg wieder hoch finden. Ja, oh, oh, ein Glück. Ja? Ja, ich hab hier halt ein bisschen, wollte gerade was bauen und da ist auszusehen, ist ein bisschen Kies oder Sand abgeflogen und dann ging das für mich abwärts. Oh, Kohle, Kohle ohne Ende. Super. Oh, Gold. Geld, Geld. In welche Richtung bist du denn gegangen? Ähm, rechts rum. Oh, nochmal. Kohle. Rechts rum, das heißt, da wo der Knochenhaufen oben lag? Genau. Und dann geht das nachher irgendwo so in eine kleine Schlucht rein. Da krabbelt auch so ein komisches Vieh rum. Soll ich dich abholen oder findest du mich? Muss ich mal gucken. Deine Schlucht. Kleine Schlucht oder große Schlucht? Ähm, ich glaub, ne kleine Schlucht ist das. Ah, hier waren wir auch schon. Ja, ich habe hier nach dem Friedhof ein Dings hier. Ja, aber... Ah, da bist du. Da warst du. Ich hab noch ein bisschen gesehen. So. Oh, das da unten wäre ja keine kleine Schlucht. Es wäre eine große. Oh, das ist so Gold. Kassetten. Ich mach mir hier ein bisschen Licht ins Dunkel. Oh, oh, Kohle. Kohle, 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 ganz viel Kohle. Oh, es waren nur drei Pixels. Oh, da hast du auch übrigens Kohle bei dir gehabt. Als Hintergrund. Das hört sich so witzig an. Ja, ne? Ach gut, kannst sogar hier Licht reinbringen hier hinten. Einfach nach hinten was rausnehmen. Einfach nach hinten. Na, vorsichtig. Etwas tief ab hier. Ja, aua, 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 aua. Ja. Oh, Schnee gut gemacht. Ich hab gar keine Fasselst mehr. Ne? Ähm, ich glaub mit B machst du die, glaub ich. Ne? Mit C. Wenn du C drückst. Bist ja mutig. Wie gesagt, mit C machst du Fackeln. Ach, mit Schlamm stellst du Fackeln her? Okay. Ach nee, nee, du hast gerade Schlamm abgedingst und ich hab das eingesammelt. Genau. Ich schätze. Wo sind die? Huch! Ich hab auch siebenmal Fackeln herstellen, äh, zwanzigmal Fackeln hergestellt, macht. Und hab jetzt 80 Stück. Lol. Halleluja. Ja, ich glaub du kriegst immer so vier oder sowas oder fünf davon. Ihhh. Kannst du aufsammeln? Äh. Wird toll. Rrrr. Oh shit. Ah, hier unten. Hier unten. Guck mal. Da geht's ganz schön tief runter. Oh. Was? Oh. Nein. Oh. Kommst du dann ganz hoch an die Kassette? Ähm, ich habe dann irgendwie Probleme. Okay. Es hakt bei mir etwas das Spiel. Das ist normal. Ah, hier ist tief. Ja, hier ist tief. Ups. Kannst du schwimmen? Blub, 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 blub. Wir versperrten uns eine. Hm? kaputt da kommt die wendern sehr cool unter dir Oh, das sind Geldkassetten, ne? Oh, Sophie. Oh, wir erleuchten mal den Weg. 13 Pixels. Nice. I, aua, aua. Aua, ich bin fast tot. Oh, das hakt ganz schön. Habe ich gerade gemerkt, war auch bei mir. Hm. Dann hoffen wir mal, dass wir nicht rausfallen, ne? Warte, ich hoch, oder? Dann reiß ich doch gerade den Boden runter. Äh, von den Füßen weg. Ah, da oben, ja. Guck mal. Hier auch, das. Hört. Geht's bei dir? So, oder? Ich glaube, hier unten. Hm. Oh, coole. Wir brauchen doch keine zwei auf einschlägen. Nö. Aber fahr nicht so tief runter, ne? Ja. Es könnte stylisch werden. Oh, da unten ist eine Kassette. Ah. Ein Trudon. Ei. Das war ein Pfeifen wert. Naja, verband. Ein Vorband. Ähm. Eine Schusswaffe. Schadenkurschuss 5,1. Und ein Rhojik Strah... Scher... Äh, one-handed. Schaden 9,9. Oh. Ich hab nicht Ruhe. Du trübelst du Ruhe. Ich will die haben. Ich will die haben. Und da. Und da. Warte. Warte. Ruhe. Ruhe. Was? Geht's bei dir? Es geht nicht bei dir? Oh Gott. Also ich find die Waffe doof. Ich find das schwer viel besser. Okay. Ist da noch mehr in der Truhe? Da ist eine Waffe drin noch, ne? Ja. Wollte ich aber nicht mitnehmen, weil... Weil die... Die milchlasch sind. Achso, okay. Dann... Ich kurz nach der Truhe. Ah. Wo war das? Sterbe nicht. Dein Leben. Wie mach ich nochmal Verbandskästen? Ähm. C. Und dann steht hier Heilsalbe. Funktioniert grad irgendwie nicht. Es ist, äh, nicht als Bild hinterlegt. Gibt gar nichts auf T. Ne, auf C. Du hast gerade gesagt T. Entschuldigung. C. Salve? Salve? Heilsalve. Ja. Ja. Ich mach nämlich immer wieder ein paar mehr. Dafür gibst du auch Pixels aus, oder wie? Ja. 20 Pixel. Ich sollte aber ne Heilsalbe nehmen. Schnell, 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 schnell. Mein Sauerstoff, mein Sauerstoff. Bittach. Entschuldigung. Jetzt hast du natürlich den Weg runter versperrt, ne? Wir kommen hier hoch. Also runter. Ja, da unten war gute Sachen, glaub ich. Ein Pixel. Geld. Warte, halt, 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 stopp, stopp, stopp. Bevor du uns wieder verschützt. Ich würd sowas niemals machen. Nö. Manu. Das war nicht mit Absicht. So schnell bist du hier. Ich hab's gerade voll nach vorne gespügt. Danke. Oh, du hast irgendwas komisches eingesammelt. Loser Schlamm. Ein Seil. Oh, sie bringt Licht ins Dunkle. Also wir können später mal gucken, ob wir wegfliegen können. Ich, guck mal, was ist das drin, was ist das? Eine Schnecke? Ich weiß es nicht, was das da ist. Darstellen soll. Ach, dich, du. Ich kann hier mal einen Boden dazwischen setzen. Guck mal. So. Obwohl ich ganz gern gucken wollte, was unten ist. Ah, zieh mich halt unten. Was? Was bist denn du? Wolltest du eine Ratte darstellen? Genau. Wahrscheinlich. Vielleicht auch. Oh, ein Tempel. Ja, das wird eine Ratte dargestellt wahrscheinlich. Ich glaube, hier oben liegt was drauf. Kommst du noch? Guck mal, was da unten angeflogen kommt. Das sieht irgendwie komisch aus mit seinem Lümmel. Kommst du da hoch? Da liegt doch nichts drauf. Ah, hier. Oh, eine Kiste. Ich baue gerade wieder Kupfer für uns ab. Mal. Ja, hier. Oh, ein kleiner Kiste. Ops, ein bisschen hell hier reinbringen. Ich bin hier runtergegangen, ne? Aber ist noch nicht oben? Hey, du bist jetzt noch nicht nach oben geschafft. Mach nix. Mami! Mami!